Wann brauche ich Trees, wann brauche ich Quads, warum mögen wir keine N-Gons und warum wird in sehr vielen Tutorials beigebracht, dass Trees nichts in einem Modell zu suchen haben. Wir betrachten erstmal, was ist ein Tree. Ein Tree ist eine Face, die aus drei Edges besteht und insgesamt drei Vertices enthält. Ein Quad hat vier Edges und vier Vertices. Ein N-Gon ist alles, was mehr als vier Vertices beinhaltet und eine geschlossene Fläche ergibt. Wir haben hier zwei Default Cubes, einmal aufgebaut aus Trees und einmal aus Quads. Wenn wir einen Subdivision Surface Modifier aktivieren, sehen wir bereits einen großen Unterschied. Obwohl die Anzahl unserer Vertices nicht anders ist, bei den verschiedenen Modellen haben wir eine völlig unterschiedliche Form, sobald der Modifier aktiv wird. Das liegt daran, dass ein Quad sich sehr viel besser in vier unterteilen lässt, ohne seine ursprüngliche Form zu stark zu verändern und dann mit dem prozedualen Glätten der Kante, was beim Subdivision Surface Modifier mit der Cut-Mill-Clark-Methode passiert, wir eine schönere Form erhalten als mit den Trees. Das ist definitiv ein Punkt für die Quad-Methode. Ein Argument, das in vielen Tutorials angesprochen wird, ist, Edge-Loop-Markierung funktioniert nicht mit Trees. Und es stimmt auch, wenn wir mit der Alt-Taste versuchen, hier einen Edge-Loop zu markieren, dann wird das nicht klappen. Es wird oft erzählt, dass das aufgrund der Trees ist, weil Trees einfach den Edge-Flow stören. Das ist falsch, Quads können das ganz genauso stören. Funktioniert ebenfalls nicht und hier haben wir absolut keinen einzigen Tri. Wo ist also das Problem? Die Lösung dazu ist im Handbuch von Blender und das hat sich auch in den letzten Versionen nicht geändert. Beim Auswahl einer Edge-Loop haben wir in der Seite kein Problem und nach oben haben wir eins. Jetzt könnte man sagen, ja klar, das liegt an den Trees da oben, aber das ist nicht das ursprüngliche Problem, denn die Lösung ist hier. Sobald der Algorithmus bei der Auswahl weiterer Edges auf einen Vertex stößt, der mehr als vier Edges miteinander verbindet, wird er beendet. Und damit ist auch dieses Rätsel gelöst. Das ist der Grund, warum es auch bei Quads nicht funktioniert, denn diese Edge hier hat als weiteren Ansatzpunkt 1, 2, 3, 4 weitere Edges und somit wird der Algorithmus an dieser Stelle beendet. Hat also nicht, wie so oft erzählt, mit den Trees zu tun, sondern mit der Anzahl der verbundenen Edges auf dem Vertex. Nun können wir natürlich sagen, dass ein reines Quadgebilde dieses Problem nicht haben wird und deswegen verwenden wir es auch beim Modeling. Wenn wir einen Edge-Floor haben wollen, der später für weitere Modifier geeignet ist, dann sollten wir uns weiterhin auf unsere Quads verlassen. Bisher haben wir aber noch nichts gefunden, was einem Tree wirklich im Wege steht. Als nächstes zeige ich euch einen Bereich, in dem Trees sogar sehr wichtig sind. Wenn wir ein Mesh haben, das wir mit einem Armature verbiegen möchten, wie zum Beispiel ein Kniegelenk, dann haben wir hier ein kleines Problem mit Quads, welches sich ganz leicht lösen lässt. Hier haben wir einen Tree anstatt eines Quads verwendet, um den letzten Bereich einzuteilen. Jetzt haben wir eine schöne Silhouette bei unserem Knie und keinerlei Probleme. Das Mysterium mit den Trees geht aber noch weiter, denn schockierend oder nicht, Blender verwendet Trees, auch wenn wir Quads bauen. Und das ist auch sehr gut sichtbar. Wenn wir drei von diesen Vertices nach oben ziehen und in unserer Plane haben wir Trees. Das hier ist eindeutig ein Tree und auf der Seite ebenfalls bloß in die andere Richtung geschoben. Wir sehen hier die Kante, das ist der Outliner von unserem Object Mode und er hat ohne irgendwelche Charme einen Tree draus gebaut. Eine Quad kann sich so nicht verbiegen, ohne Fehler zu machen. Und genau dabei haben wir ein Problem beim Export in Unity. Wenn wir ein FBX exportieren für Unity, wird es trianguliert und in Unity oder Unreal dann auch als Tree verwendet. Wo diese Ecken dann geknickt werden und sozusagen hier der Cut gesetzt wird, um zwei Trees zu erhalten, können wir nicht mehr richtig beeinflussen. Und genau hier sollten wir vor dem Export darauf achten. Bevor mir jetzt Leute widersprechen, ja es ist möglich ein FBX oder OBJ mit Quads in eine Game Engine reinzubauen. Das ist manchmal sogar nötig, um zum Beispiel die DirectX 11 Tessellation Shader zu verwenden, welche Quads benötigen. Das ist allerdings ein Sonderfall und im normalen Gebrauch ist es nicht nötig, dass wir die Quads beibehalten und können uns komplett darauf konzentrieren, unsere Trees richtig zu setzen, bevor wir es einsetzen. Wie schon erwähnt, ist es sowieso nötig, manche von diesen Quads in die Trees umzuwandeln, um die Animation leichter zu machen und um die Silhouette besser kontrollieren zu können. Das ist die Form, wie ich sie mir wünsche. Drei einzelne Hügel, genauso möchte ich das, wie kleine Nieten, die hier drauf gesetzt sind. Und sollte ich das nicht von Hand vorbereiten, kann Folgendes passieren. Der Expert wird standardmäßig Folgendes machen, rechts klickt Triangulate Faces. Und das, was hier zu sehen ist, ist natürlich völliger Müll. Das kann niemand gebrauchen und deswegen schneiden wir es vorher richtig von Hand. Warum wir N-Gons nicht gebrauchen können, ist, weil er beide schlechten Eigenschaften von Trees und Quads verbindet und somit das Schlechteste ist, was ihr tun könnt. Das beginnt bereits mit der Unfähigkeit, ein Subdivision drauf zu machen. Das Teil wird sich einfach nicht verändern und auch andere Modifier werden es nicht verkleinern können. Es gibt absolut keinen Einsprungspunkt. Gleichzeitig ist das Teil bei der Animation ein einziges Chaos, da sich diese Spannung darüber furchtbar entwickeln wird. Noch ein Punkt ist, wie bereits schon bei den Quads, dass sie nicht triangulierbar sind, zumindest nicht berechenbar. Wenn wir das Teil hier triangulieren, wird es irgendwie passieren. Da ist absolut überhaupt keine Vorhersage möglich, wo, wann geschnitten wird. Der nächste Nachteil vom N-Gon ist, dass er jeglichen Edgeflow komplett zerstören wird und wir mit sehr großer Sicherheit gar keine Chance mehr haben, irgendetwas zu markieren, was durch diesen Edgeloop geht. Das ist eine wunderbare Eigenschaft und deswegen N-Gons sind wirklich zu nichts zu gebrauchen. Schneidet sie runter, trianguliert sie, macht ein Quad oder ein Tri draus, aber bitte keine N-Gons. Abschließend lässt sich sagen, ein Tri und ein Quad haben beide ihre Berechtigung und besonders im Modeling von Characters ist es wichtig, dass wir uns um die richtige Handhabung kümmern. Solltet ihr dazu noch Fragen haben, kommt auf unseren Discord-Server und ich versuche sie euch zu beantworten. Vorher Untertitelung des ZDF, 2020